Also ich habe das auch mitbekommen, ja. Ich habe auch dieses Video gesehen von Jamula. Es geht halt irgendwie darum, dass er da scheinbar auf einer Party ist und sich da beschwert. Er sagt wohl so, den Wortlaut kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen. Nagelt mich da jetzt nicht fest, wenn ich das nicht komplett eins zu eins nochmal wiedergeben kann. Aber er sagt wohl, oh, ist voll langweilig hier. Alles Schwarze, alles Schwarz. Und dann dreht er das so um und dann filmt er halt die Tanzfläche. Ja, und dann macht er so, ja, irgendwie sowas. Ist erstmal kritisch, muss ich sagen. Das positivste und das negativste Szenario, ja. Wir gehen jetzt mal in die Extreme. Die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. So, schlechtestes Szenario wäre, Jamula hat was dagegen, wenn auf einer Party zu viele Schwarze sind. Ja, was natürlich, gut, kann seine Denkweise sein. Aber was ich natürlich nicht cool finden würde. Was ich absolut scheiße finden würde, ja. Und überhaupt so die Aussage, voll langweilig hier nur Schwarze, ja. Finde ich an sich schon komplett unlogisch, ja. Denn meine schwarzen Brüder und meine schwarzen Schwestern hier, ja, in Amerika, die sind ja wohl die Definition von Party und komplette Anti-Definition von langweilig, ja. Also wenn jemand weiß, wie man eine gute Zeit haben kann, dann sind das auf jeden Fall meine afroamerikanischen Brüder und Schwestern hier, ja. Also so viel erstmal dazu. Deswegen macht die Aussage für mich schon keinen Sinn. Ist kritisch, ist definitiv kritisch, ja. Sowas sagt man nicht, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass er das in seine Story gepostet hat, sondern dass er das privat an irgendwen geschickt hat. Wie gesagt, ich kann diese Aussage auch zu 100% nicht supporten und finde das auch scheiße. Das wäre jetzt sozusagen die Variante, dass er das so gemeint hat, ne. Dass er wirklich was gegen Veranstaltungen hat, wo zu viele Schwarze seiner Meinung nach sind. Jetzt mal die Variante, aber im Gegenzug dazu, wo man sagen könnte, okay, jetzt mit viel Wohlwollen könnte man jetzt auch davon ausgehen, und jetzt hört genau zu, dass es wie folgt gemeint ist. Und Jamule hat hier einen sehr geschmacklosen, rassistischen Witz gemacht, von wegen, mhm, guck mal, voll langweilig, alles schwarz, nur schwarze. Dreht sein Handy um und filmt halt einen Dancefloor, der komplett nicht beleuchtet ist, wo halt keine Lichteffekte gerade spektakulär zur Mucke abgehen und so weiter. Ist jetzt wahrscheinlich sehr weit hergeholt für einige, ja. Aber es kann halt sein, dass es einfach seine abgefuckte Art von Humor ist. Dass er halt meinte, ha, guck mal hier, nur Schwarze, ha, ha, im Dunkeln sehen die alle aus wie Schwarzer. Ne, das ist schwarzer Humor, das ist für viele natürlich nicht okay, ja. Aber lasst da erstmal hier die Vorverurteilungen, die Nura hätte auch dem Jamule, glaube ich, auch mal selber einfach mal schreiben können, anstatt sich hier wieder in den Vordergrund zu spielen und in ihrer Story erstmal wieder Ansagen zu machen. Das kann natürlich sein, also was auf jeden Fall der Fall ist, ist, man merkt, Jamule hat da gut einen im Tee, ja. Der ist auf jeden Fall nicht nüchtern in diesem Video, was er da gefilmt hat. Ja, und klar, ich meine, es entschuldigt nichts, ja. Es ist ekehaft, ja. Es ist auf jeden Fall eine ekehafte Aussage, die ich auch von mir, wenn ich jetzt im Freundeskreis irgendwie unterwegs sein würde und das von einem hören würde, egal wie besoffen der ist. Ich würde auch sagen, ey, Digga, kommst du mal klar auf deinem Leben? Was laberst du hier für eine Scheiße, ne? Deswegen, also es ist ein kritisches Thema. Es ist natürlich auch gerade eine sehr, sehr sensible Zeit, ja, wo man halt da extrem aufpassen sollte, wenn man irgendwie so einen Scherz machen sollte, wenn das halt auch als Scherz gemeint war, als sehr geschmackloser Scherz. Das ist wie die Fahrrätslein mit der Körperdefinition, ne? Das ist auch eine extrem asoziale, geschmacklose Line, ja. Aber, ich weiß nicht, Digga. Also es wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf Jamule. Ich muss aber allgemein sagen, der hat das jetzt hier nicht in seine Story gepostet und der hat auch nicht das in einer Line verarbeitet oder so. Weißt du, ich komme auf eine Party, voll langweilig, nur Schwarze oder sowas, ne? Das hat der ja nicht öffentlich in einem Songtext gemacht. In Privatnachrichten kann man ja sagen, was man will. Und klar, also ich bin auch keiner, der so ein Gedankengut auch nur ansatzweise versucht zu rechtfertigen oder sonst sowas, ne? Aber man müsste da halt auch mal, ja, man müsste da halt auch erstmal abwarten, bis sich die Partei dann dazu äußert, ne? Und ich glaube nicht, dass Jamule aus vollstem Herzen ein Rassist ist, ja? Weil dann ist er wirklich im falschen Genre. Ich glaube nicht, dass jemand, der so viel Soul in seiner Musik hat, ernsthaft was gegen Leute mit einer dunklen Hautfarbe hat. Also das kann ich mir beim Westen nicht, beim Westen will nicht vorstellen. Dann hätte er sich hier vielleicht als Backup-Sänger bei Lanza bewerben sollen. Wie gesagt, es kann einfach ein sehr, sehr, sehr asozialer Humor sein und kann ich natürlich vollkommen verstehen, dass selbst wenn das halt nur so ein Scherz war von wegen, ha, guck mal hier, alles dunkel, voll tote Hose, die sehen alle aus wie schwarze, dass das auf jeden Fall nicht jedermanns Sache ist, so ein Humor, ja? Aber nochmal, das war nie für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern nur für die Person, der er es geschickt hat. Und jetzt ist das halt dann über Umwege in falsche Hände geraten und ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht mehr aktuell ist, aber dass halt jetzt gewisse Parteien sehen, dass es bei Jamule gerade extrem durch die Decke geht, ja? Dass da gewisse Parteien dann halt Auge machen wollen und sich dann halt auch denken, okay, mh. Und da muss ich auch immer wieder sagen, stell dir mal vor, Jamule wäre auf der Party gewesen und hätte gesagt, mh, guckt mal hier, voll tote Hose, nur Weiße. Hätte sich keiner beschwert erst mal, ja? Und mh ist derjenige, der jemanden als Hurensohn beleidigt, einen Deutschen, den er da an der Bushaltestelle sieht, weil der türkische Begriffe verwendet. Hat damals mit Moise zusammen eine Reaction zu Public Enemies von Farid, Kolle und Flair gemacht und als dieser asiatische Badguide da reinkam und dann halt die ganzen Fight-Szenen halt begonnen haben, kam der Asiate rein und das Erste, was B**** gemacht hat, er hat auf Stopp gedrückt und hat gesagt, haha, guck mal, Corona am Endstadium. Rassismus gegen alle ist legitim und wird halt auch frei geäußert, aber wenn es halt gegen die eigene Rasse geht, dann ist es natürlich absolut nicht in Ordnung, ne? Ja, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wie gesagt, was Jamule da von sich gelassen hat, unter aller Sau, ja? Absolut unter aller Sau. Selbst wenn es halt nur lustig gemeint ist. Aber man muss auch überlegen, das war von ihm im Suff, im Vollsuff, in irgendeiner Dizze, geschickt an eine andere Person und nicht irgendwie in seine Story gepostet. Dieses Video zu leaken ist für mich im Endeffekt genauso verwerflich, wie das Badewann-Video von Sinan zu leaken, ja? Was hat das mit der öffentlichen Person zu tun, ja? Wenn, also wie gesagt, es ist eine scheiß Aussage, ja? Aber es war keine Aussage, die für die Öffentlichkeit bestimmt ist und was gewisse Leute, ja, in ihrem Privatleben wirklich für Ansichten haben, ja, das würde ich gar nicht wissen, ja? Ich weiß es von manchen, ja, aber von denen ist es auch nicht geleakt, ja? Ich finde, da sollte man klar differenzieren, ja? Und wie gesagt, das Video ist schon älter von Jamule und ich kann mir vorstellen, dass diese Leute, die jetzt, ne, dieses Video in die Öffentlichkeit gebracht haben, dieses Video auch schon länger im Besitz hatten und halt gewartet haben, bis man da halt den höchstmöglichen Schaden anrichten kann, ja? Jeder hat schon mal in seinem Leben irgendwo einen abfälligen Joke gemacht, hast du vollkommen recht, Leonardo? Und der Unterschied ist aber halt, ne, öffentliche Person des öffentlichen Lebens, ne, die werden dann halt von sowas immer heimgesucht irgendwann, ne? Du schickst sowas irgendeiner Braut oder so und dann machst du mit der Schluss und die sagt dann, ey, warum machst du mit mir Schluss? Ich liebe dich doch. Und du sagst so, nee, ist vorbei. Und dann durchkramt sie erstmal die Archive, ne, von deinen Sprachnachrichten und deinen Videonachrichten und deinen Chatverläufen und, ähm, schickt das dann an irgendwelche Gegenparteien von dir, ne, in der Hoffnung, dass die da halt was draus machen. Ist ja genau wie bei Lars mit seiner, mit seiner Ex-Freundin, wo er halt gesagt hat, hier, ich will nicht, dass du schwanger von mir bist, treib das ab. Und sie dann halt Lars seinen Laptop halt in, da mal halt bearbeitet hat und halt den EGJ-Sampler an Farid geschickt hat, ne? Laut Lars Aussagen, ja? Laut Lars Aussagen, also muss da schon was dran sein, ne? Das hat ja Lars selber in seinem Song gesagt. Deswegen, ey, passt auf, Alter, ne? Was ihr Mädels schickt, ja? Selbst wenn ihr nicht hier die größtmögliche Reichweite habt, irgendwie, ne, kann immer irgendwas gegen euch verwendet werden, Alter. Ähm, Mädels, der Zorn einer Frau, die sich von dir verletzt fühlt, ja? Also da geh ich lieber 10 Runden mit Asche ins Oktagon, als sowas durchzumachen, ja? Ufo hat's gesagt, Digga, pass auf, wenn du liebst, Mann. Pass auf, wenn du leagst, ja. Hahaha. Hahaha.